Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. In der Reihe von Aristoteles zur Stringtheorie sind wir beim Inventar dieses Universums angelangt, in der Astronomie. Und natürlich geht es hier um Sterne. Sie sind diese gewaltigen Plasmagebilde, die das Licht in diese Welt bringen. Ansonsten wäre dieses Universum im wahrsten Sinne des Wortes ein finsterer Ort. Aber was lässt sie jetzt konkret leuchten? Klar, Kernfusion werden sie sagen. Das ist so die einfache populärwissenschaftliche Antwort darauf. Irgendwas wird heißer und kommt immer mehr in Bewegung, kommt sich so nah, dass es dann miteinander stößt und fusioniert. Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach. Und ich würde Ihnen gerne mal diese im Detail, diese stellare Nukleosynthese näher bringen wollen. Da wird die Rede sein von einer Proton-Proton-Kette, von einem CNO- oder Bete-Weizsäcker-Zyklus. Da muss auch der Tunneleffekt Lust haben mitzuspielen. Ohne den würde es nicht gehen. Und all das wird dann die Antwort liefern, woher diese wunderbare Energie kommt, die letztendlich die Quelle allen Seins auch auf unserem Planeten ist. Also legen wir los. Ich denke, es gibt nichts Vergleichbares, was die Menschheit, diese unendlich vielen Generationen von Menschen auf diesem Planeten annähernd so sehr fasziniert hätte, wie das Leuchten der Sonne tagsüber und das Funkeln der Sterne in der Nacht. Der römische Philosoph Seneca hat es mal so schön ausgedrückt. Wenn es nur einen Ort gäbe auf dieser Welt, von dem aus man die Sterne beobachten könnte, dann würden die Menschen nie aufhören, dorthin zu reisen, um sie zu sehen. Ich denke, das drückt schon mal diese Sehnsucht aus, diese Faszination. Also was ist es, was hier leuchtet? Okay, das hätten Gottheiten sein können. Später war man dann bei den griechischen Naturphilosophen schon ein bisschen chemisch unterwegs. Da hätte was brennen können. Oder vielleicht sind es auch einfach nur glühende Steine, die man hier sieht. Ja, so Mitte des 19. Jahrhunderts, da war dann der Julius Robert Mayer, der hier schon ein bisschen gerechnet hatte anhand Abschätzungen des Volumens der Sonne. Und so hat er gesagt, nee, nee, kann ich gleich abwinken. Da wäre nach 5000 Jahren wäre hier schon Schluss anhand dieser immensen Leuchtkraft. Das kriegen wir mit irgendwas, was wir hier verbrennen, nicht hin. Dann gab es noch Ideen, da könnte was hineinstürzen, laufend, fortwährend was dazukommen. Da hätte man aber 150.000 Asteroiden gebraucht, die pro Sekunde mit einem Kilometer Durchmesser da jeweils einschlagen. Das hat alles nicht geklappt. Hermann von Helmholtz hatte dann schon weiterführende Ideen. Haben wir letztes Mal gesehen, dass man aus einem Gravitationspotenzial beim gravitativen Schrumpfen Energie, die Hälfte dieser zur Verfügung stehenden Energie in Leuchtstärke umwandeln kann. Das hat schon ein paar Millionen Jahre weit getragen, okay. Aber der große Wurf kam dann erst mit Arthur Eddington, der 1926, glaube ich, diese Idee hatte. Kernfusion. Damit war das Stichwort genannt, aber es gab sofort ein großes Problem, weil die Temperaturen schlichtweg nicht ausreichten. Man hatte ein klares Bild vom Coulomb-Wall, also von der Abstoßung dieser gleichnamigen Ladungen. Okay, die mögen sich nicht. Na gut, dann muss es halt thermische Energie geben im System, die dazu führt, dass sich die Teilchen so schnell bewegen, im Mittel zumindest, dass sie sich dann doch so nahe kommen, dass diese Fusion stattfinden kann, die ja eine sehr, sehr kurze Reichweite nur hat, diese starke Kernkraft. Naja, das hat beim besten Willen nicht geklappt bei diesen Modellrechnungen. Da fehlte es um Größenordnungen. Man hätte in der Sonne mehrere Milliarden Kelvin gebraucht. Das war nicht darzustellen. Es fehlte nämlich eine wesentliche Zutat, die sich erst in den nächsten Jahren dann weiterentwickelt hatte. Das war die Quantenmechanik. Die hat dann dazu geführt, dass man erkannte, aha, man muss nicht unbedingt im klassischen Sinne immer über die komplette notwendige Energie verfügen, um so einen Wald zu überschreiten, um also so einen Widerstand überwinden zu können. Nein, da gibt es den Tunneleffekt und der führt dazu, so ein bisschen, was geht immer, so ungefähr. Also mit einer gewissen kleinen Wahrscheinlichkeit kann man auch, wenn man über zu wenig Energie verfügt, doch diese Barriere überwinden. Ich zeige Ihnen das am besten anhand dieser Grafik. Hier sehen Sie die beiden Protonen hier und den Kulowall dargestellt, grafisch, den es jetzt zu überklettern gilt und dafür brauchen wir Energie, weil hier vertikal aufgetragen ist die Energie, also das Potenzial letztendlich und horizontal die Entfernung. Und dann sieht man, je näher man kommen möchte, umso höher muss man in der Energie steigen. Und tatsächlich braucht es eben nicht die vollkommene Energie, sondern man kann hier auch mit einer Energie, einer Tunnelenergie, mit einer beendlichen Wahrscheinlichkeit hier dann so nahe kommen, dass man in diesen anziehenden Potenzialtopf gelangt. Das ist es ja, was wir Fusion nennen letztendlich. Was genau heißt jetzt wirklich Fusion, sich so nahe kommen? Was konkret passiert denn hier? Wenn wir hier mal ein Proton uns groß aufgelöst anschauen, dann sind dort drei Quarks drin. Und, also diese farbigen Bälle, Up, Up, Down und diese weißen Kügelchen, das soll hier der Kleber sein, die Gluonen, die Vermöge der Farbladung, das ganze Ding zusammenhalten. Jetzt gibt es zwei davon und die kommen sich jetzt eben so nahe, dass den Gluonen ein fataler Irrtum unterläuft. Hier sieht man jetzt sehr schön, wie es zur Fusion kommt. Aus Sicht dieses Gluons, in diesem ganzen Durcheinander, ist jetzt ein farbgeladenes Quark, ein Up-Quark im eigenen Proton, natürlich ein Kandidat, okay, aber eben auch ein Down-Quark im Partner-Proton. Und jetzt vermittelt dieses Gluon die starke Kernkraft eben zwischen diesen Bausteinen. Während aus Sicht dieses Gluons im unteren Proton auch Quarks im oberen Proton jetzt in Reichweite sind, um die starke Kernkraft zu vermitteln. Und so kommt es jetzt dazu, dass diese Gluonen quasi falsche Bestandteile zueinander kleben, nicht mehr nur die eigenen innerhalb ihres Protons. Das nennen wir dann Fusion. Damit haben wir schon mal erfolgreich zwei Protonen miteinander verklebt, fusioniert. Und die komplette Kette dann bis hin zum Helium-4, die hat dann 1938 Arthur Eddington aufgezeigt. Der hat gesagt, ja, okay, lass das mal beginnen mit diesem Proton und Proton. Das fusioniert, aber zu einem Deuteron. Das heißt, da muss aus einem der beiden Protonen ein Neutron werden. Entsprechend muss Ladung weggetragen werden, weil das positiv geladene Proton muss jetzt ein neutrales Teilchen werden. Wir brauchen also ein Positron, das dabei entsteht. Und immer wenn irgendwas zerfällt, dann sind Neutrinos involviert. In dem Fall jetzt hier ein Elektron-Neutrino. Und dieses Deuteron, wenn das endlich mal entstanden ist, das ist nämlich eine ziemliche Krux, komme ich gleich dazu, das kann dann mit einem weiteren Proton fusionieren. Protonen sind ja genügend da im Stern. Das heißt also, wir kriegen Helium-3. Wir haben ein Proton von dem Deuteron, ein Proton, das wir extern einfangen, und ein Neutron, und das Ganze liefert uns Helium-3. Dabei wird Energie freigesetzt. Was ist das für eine Energie? Energie kann man ja nicht gewinnen, sondern nur umwandeln. Das ist genau die Energie, die Sie bräuchten, um diese drei Teile wieder aufzutrennen in zwei. Das heißt, immer dann, wenn jemand zupackt, in dem Fall ist es die starke Kernkraft, und ein kompaktes Gebilde macht, dann müssen Sie einen gewissen Aufwand treiben, um gegen diese Kraft, die er jetzt klebt, die Teil wieder auseinanderzubringen. Das ist genau die Energie, die frei wird, wenn Sie es zusammentun. Bindungsenergie, wie man das nennt. Aus zwei solchen Helium-3-Kerten, das Ganze kann ja jetzt hier an unterschiedlichen Stellen im Stern passieren, dicht daneben passiert jetzt dieselbe Reaktion nochmal, dann haben wir zwei solche Helium-3-Kerne, und die fusionieren eben jetzt zu Helium-4, und dabei müssen wir zwei Protonen wieder loswerden. Netto haben wir auf diese Weise vier Protonen zu Helium fusioniert. Zwei Protonen erstmal zu Deuteron, ein weiteres Proton, dann hin zu Helium-3, das Ganze muss zweimal passieren, also hätten wir sechs Protonen investiert, zwei werden wieder freigeschlagen dabei, also netto sind vier umgewandelt zu Helium. Dabei wird jetzt eine Energie frei von 24,69 MiV erstmal. Man muss aber noch dazu rechnen, dass diese Positronen, die unterwegs entstehen, die annihilieren natürlich, die reagieren mit Elektronen im Umfeld, zerstrahlen, und ja, so ein Elektron oder ein Positron hat ungefähr ein halbes MiV, wenn man das mit spitzen Bleistift rechnet, entstehen hier nochmal, Elektron, Positron ist dann ein MiV, ein zweites Mal Elektron, Positron ist das zweite, dann kriegen wir 2,04 MiV etwa. Die müssten wir auch noch mit berücksichtigen, ist ja auch Energie, die dem Stern zur Verfügung steht, und dann tragen natürlich die Neutrinos einen Ticken weg, aber im Endeffekt sind es dann so um die 26,7, ja, ein bisschen über 26 auf jeden Fall MiV, Pro-Reaktion, in dieser PP-Kette, in dieser Proton-Proton-Kette. Wirklich faszinierend sind diese extrem unterschiedlichen Zeitskalen, auf denen diese Teilprozesse jetzt hier spielen. Hier dieser erste Prozess, zwei Protonen werden zu Deuteron, da muss eben eines der Protonen umgewandelt werden. Und das ist schwierig, weil ein Neutron ist ein bisschen schwerer als ein Proton. Und wir wissen alle, dass Prozesse natürlicherweise so ablaufen, dass sie in einen energetisch günstigeren Zustand übergehen. Wenn sie aber aus was Leichterem was Schwereres machen, müssen sie Energie aufwenden, prinzipiell. Das unterdrückt diesen Prozess extremst. Und das führt dazu, dass sie hier, wenn sie sich vor so einem Proton jetzt mal hinstellen würden und warten, bis es in dieser Reaktion hier wirklich zu einem Neutron wird, dass hier Deuteron entsteht, da müssen sie im Mittel 13 Milliarden Jahre warten. Das ist fast die Lebensdauer dieses Universums. Also dieser Prozess, der ist sehr selten. Der nächste Prozess, der dauert dann nur 10 Sekunden im Mittel in so einem Stern. Das heißt, wenn sie mal Deuteron haben, schwupps ist das weg zu Helium 3. Sie können auch Deuteron mit Deuteron fusionieren, wenn sie genügend haben in der Umgebung. Der dritte Prozess jetzt hier hinten, der spielt dann wieder auf einer Zeitskala von etwa einer Million Jahren. Also bis es hier tatsächlich mal zu Helium 4 kommt, das ist stark unterdrückt. Wir haben ja noch on top überhaupt die Tunnelwahrscheinlichkeit, die ja hier auch nochmal wie so ein Thermostat wirkt und immer nur eine ganz begrenzte Wahrscheinlichkeit, eine ganz begrenzte kleine Anzahl von Protonen hier überhaupt als Türsteher reinlässt in diese Fusion. Und das alles führt dazu, dass diese Fusionsenergie ganz, ganz moderat im Sterneninneren sich wirklich entfaltet. Also wenn wir das mal so überschlagen, dann haben wir etwa 80 Watt pro Kubikmeter im Zentralbereich unserer Sonne zum Beispiel. Da ist so 10, 10 Prozent der Masse etwa. Und das 80 Watt pro Kubikmeter, das haben sie in einem Komposthaufen an Wärmefreisetzung. Ich hatte das ja in einem eigenen Video mal vorgerechnet. Das ist schon erstmal verblüffend. Das ist aber, wenn man es genauer betrachtet, auch Garant dafür, diese moderate, ganz fein dosierte Fusion, dass so ein Stern auch mit seinem Material lang genug haushalten kann, um dann auf einem Planetensystem, das ihn umgibt, tatsächlich auch Leben darstellen zu können. Leben braucht Zeit, haben wir ja auch schon im Detail gesehen. Bei der Fusion zu Deuteron muss also eines der Protonen umgewandelt werden. Das ist hier nochmal die Reaktionsgleichung. Ein Proton wird zu einem Neutron und die Ladung wird weggetragen in Form des Positrons und ein Moderteilchen, ein Zerfallszeichen, ein Neutrino, ein Elektron-Neutrino wird noch freigesetzt. Und jetzt kommt es eben. Weil diese Reaktion so häufig abläuft in diesem Stern, entstehen jetzt Unmengen von diesen Neutrinos. Wir müssen ja nur mal eine ganz grobe Abschätzung machen. 3,85 mal 10 hoch 26 Watt, das ist die Leuchtstärke der Sonne. Und wenn wir das runterbrechen, auf diese, sagen wir mal, ein bisschen über 26 MEV, die pro Reaktion freigesetzt oder gewonnen werden, dann wissen wir, wie viele Reaktionen wir hier haben. und jedes Mal werden zwei Neutrinos freigesetzt. Sie kriegen eine immense Anzahl von Neutrinos pro Sekunde. Also 10 hoch 38. Das ist eine unvorstellbar große Anzahl. So groß, dass wir selbst in einer Entfernung von 150 Millionen Kilometern, also wenn wir die gesamte Anzahl der Teilchen, die hier entstehen, verteilen auf eine Oberfläche und die Oberfläche hat eine Kugel mit einem Radius von 150 Millionen Kilometern, dann wüssten wir, wie viele wir pro Flächeneinheit hier bei uns, auf unserem Planeten, zu erwarten haben. Ja, dann sehen Sie hier, okay, das sind über 60 Milliarden Neutrinos pro Sekunde und Quadratzentimeter. Das ist diese, ja, für mich unvorstellbare Konstellation, dieses Wissen darum, in jedem Augenblick jetzt hier, da ich hier stehe, von einer unvorstellbar großen Anzahl von Elementarteilchen durchschlagen zu werden. Aber die gute Nachricht ist halt, sie wechselwirken so gut wie nicht. Das sind so unglaubliche Gegensätze hier. Auf der einen Seite diese ganz geringe Energiefreisetzung, moderiert vom Tunneleffekt, der immer wieder die Spaßbremse drückt, sodass pro Kubikmeter kaum was zustande kommt. Auf der anderen Seite dieses gewaltige Volumen, da sind halt so viele Kubikmeter, die dann Fusion betreiben, dass dann in Summe pro Sekunde 600 Millionen Tonnen dieser Protonen zu 595 Millionen Tonnen Helium fusioniert werden. Dieser Massendefekt, wenn man das genau rechnet, sind es 4,3 Millionen Tonnen, der entspricht der Energie, die dann tatsächlich umgewandelt wurde aus dieser Masse eben in Strahlung, in thermische Energie. Und wir hatten es ja schon so oft hier thematisiert. Bei dieser Umrechnung gibt es einen immensen Umtauschkurs in Form des Quadrats der Lichtgeschwindigkeit. E, also Energie, entspricht dieser Masse, aber mal c Quadrat. Was dazu führt, dass ein Gramm der Energieäquivalenz einer Atombombe entspricht. Ein Gramm. Und jetzt setzen Sie hier aber 4,3 Millionen Tonnen pro Sekunde frei. Was meinen Sie, was da los ist? Was da Dampf im Kessel ist, hier im Zentralbereich der Sonne. Und da müssen Sie ordentlich den Deckel drauf halten. Also, den müssen Sie gravitativ beschweren. Was anderes haben Sie ja nicht hier im Stern. Das heißt, Sie legen ja Masse drauf. Stellen wir uns mal vor, wir legen auf so einen Deckel eine Erdmasse. Okay, die hält schon mal ziemlich gut nach unten. Aber das würde über Weitem nicht reichen. Hier haben wir 333.000 Erdmassen, die auf diesem Deckel liegen, die also gravitativ der Stern, unsere Sonne, verwenden kann, um den Zentralbereich hier unter Kontrolle zu halten, entgegen dieser gewaltigen Energiefreisetzung. Also, für mich übt es eine, diese Vorstellung, das ist unglaublich faszinierend aus meiner Sicht. Dann gibt es noch zu nennen, also das war die Proton-Proton-Kette. Tatsächlich gibt es noch Abwandlungen. Ich hatte ja schon gesagt, man kann den Weg über Helium-3 gehen, man kann auch den Weg über Tritium gehen, also über einen noch schwereren Wasserstoff. Man kann den Weg gehen mit Deuterung und Deuterung. Aber das bringt jetzt im Wesentlichen nichts Neues mehr. Das ist nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. All diese Prozesse brauchen Zeit. Und das ist dieses ganz moderate, Köcheln im Zentralbereich unseres Sterns. Was uns diese lange Wärmequelle und Lichtquelle garantiert. Dann hatte ich von einem CNO-Zyklus gesprochen eingangs. Das war dann 1939 von Weizsäcker. Der hat sich überlegt, okay, es gibt noch eine andere Möglichkeit, aus vier Protonen Helium zu generieren. Das sieht folgendermaßen aus. Dafür braucht es jetzt erstmal Kohlenstoff. Ohne geht es hier nicht. Das muss also von Anfang an erstmal vorhanden sein. Und dann kann dieser Kohlenstoff mit einem Proton fusionieren. Da wird Energie freigesetzt, das ist hier ein Photon. Dabei entsteht eben jetzt Stickstoff 13, der ist radioaktiv, der wird also zerfallen unter Freisetzung eines Positrons hier und eines Neutrinos. Dann kommen wir zu Kohlenstoff 13. Kohlenstoff 13 fusioniert wieder mit einem Proton, wird wieder Energie frei, dann sind wir hier bei Stickstoff 14. Stickstoff 14 kann dann wiederum mit Fusion eines Protons unter Abgabe von Energie zu Sauerstoff 15 fusionieren. Das ist jetzt die Spaßbremse in diesem Zyklus. Da ist aber jetzt nicht die Rede gleich von 13 Milliarden Jahren, sondern dieser Übergang hier, der dauert so im Mittel 3,2 mal 10 hoch 8 Jahre. Aber immerhin, es gibt ja auch eine Bremse und das ist immer gut zu wissen, weil das ein langes Leben von Sternen garantiert. Allerdings, man sieht schon mal, dieser Zyklus ist hier ein Faktor 30 effektiver, schneller. Sauerstoff 15 wird zu Stickstoff 15, da geht wieder ein Proton angelagert, aber in diesem Schritt von Stickstoff 15 plus einem Proton wird dann einmal Helium 4 abgespalten hin zum Kohlenstoff. Damit ist dieser Zyklus dann erfolgreich beendet. haben also aus 1, 2, 3, 4 Protonen einmal Helium erzeugt. Dabei wurde Kohlenstoff nicht verbraucht, das heißt es geht wieder weiter, die wilde Fahrt, die nächste Runde ist schon wieder am Laufen. Kohlenstoff tritt hier also nur, auch diese anderen Dinge, deshalb heißt es ja CNO Zyklus, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, weil diese Elemente hier nur katalytisch auftreten, aber selber nicht verbraucht werden. Die Erlaubnis einen Prozess anzutreiben, der vier Protonen zu Helium werden lässt. Im Zentrum unserer Sonne ist das ein untergeordneter Prozess. Nur so 1,6 Prozent der Energie unserer Sonne wird auf diese Art und Weise gewonnen. Der CNO Zyklus oder der Bete Weizsäcker Zyklus bleibt massiveren Sternen im Wesentlichen vorbehalten. Das sieht man jetzt auch hier sehr schön. Hier sehen Sie jetzt aufgetragen horizontal Kelvin die Temperatur und vertikal also die Temperatur im Sterninneren und vertikal die Energieerzeugungsrate aber Vorsicht logarithmisch die vertikale ist hier logarithmisch und dann erkennt man sehr schön bei 17 18 Millionen Kelvin ab da wird dann der 10 O Zyklus effektiver als die PP Kette die sie hier grün eingezeichnet sehen. Unsere Sonne wäre jetzt hier etwa bei 15 Millionen Kelvin im Zentralbereich und da sieht man eben aha da ist der 10 O Zyklus eben hier Achtung logarithmisch deutlich unterdrückt. Massivere Sterne treiben das natürlich extrem mit diesem 10 O Zyklus und das ist auch die Antwort auf diese Frage warum können so massive Sterne nur so kurze Zeit leben weil sie einen Zyklus erschließen der sie viel verschwenderischer umgehen lässt mit den zur Verfügung stehenden Protonen das Ganze ist nämlich stark temperaturabhängig der PP Zyklus geht etwa mit T hoch 4 mit der Temperatur hoch 4 steigt es an diese grüne Kurve die hier sehen während der CNO Zyklus da gibt es unterschiedliche Beiträge T hoch 12 bis zu T hoch 18 hoch 18 verläuft also wenn da ein bisschen mehr Temperatur ist reißt es die Energieerzeugungsrate dramatisch nach oben da gibt es auch noch Nebenzyklen aber ich will mir jetzt hier nicht in Details verlieren aber es gibt wie wir vorhin gesehen haben mit Kohlenstoff einen Start sie können aber auch mit Sauerstoff starten auch hier lagern sie einmal an dann kommen sie zu Flur dann zerfällt wieder was kommen sie zu Sauerstoff Isotopen dann wird wieder angelagert hier unten wird schon Helium abgespalten hin zu Stickstoff wieder eine Fusion mit einem Proton hin zu Sauerstoff dann wieder ein Zerfall und so geht die wilde Fahrt dann über Stickstoff eine Fusion dann wieder zum Ausgangsprodukt Sauerstoff das ist ein Nebenzyklus des Bete Weizsäckers und auch hier wird aus 1 2 3 4 Protonen einmal Helium also wenn so ein massiver Stern hier erstmal diese Formen der Fusion für sich erschlossen hat dann wird er extrem effizient dann das verkürzt sein Leben so dramatisch wenn sie sich für die Lebensdauer eines Sterns mit einer beliebigen Masse interessieren kann man das formelmäßig sehr einfach packen sie müssen nur die Daten unserer Sonne nehmen also T Sonne das ist die Dauer die unsere Sonne hier Fusion betreiben wird oder kann aufgrund der Prozesse und des Vorrats und dann mal die Masse unserer Sonne das ist so der Tank gewissermaßen der Protonentank der zur Verfügung steht dividiert durch die Masse des Ziel Objekts also dieses Sterns für den sie sich jetzt hier interessieren und das ganze hoch 2,5 da sieht man schon aha die Masse geht ja dramatisch ein und massivere Sterne werden deutlich kürzer leben also deutlich weniger Zeit haben Fusion zu betreiben weil sie so verschwenderisch mit dem Material umgehen weil sie unter anderem auch Zyklen erschließen die unserer Sonne noch verwirrt sind oder nur im kleinen Prozentbereich eine Rolle spielen der Lohn all dieser Mühe ist dann dieser wunderschöne Stern den sie hier sehen natürlich mit Filtern aufgenommen also bitte nie mit direktem bloßem Auge in die Sonne schauen das ist schädlich unsere Sonne ist ein sehr alter Stern aus der Population 1 da sage ich vielleicht mal separat was dazu das kann man ein bisschen herauslesen anhand der schweren Elemente die schon da sind aber da kommen wir noch mal im Detail dazu unsere Sonne die hat nur so ungefähr 1,8 Prozent schwereres Zeug in ihrem Inneren also das Verhältnis zum Beispiel zu Eisen wenn sie Wasserstoff und Eisen ins Verhältnis setzen dann ist das so ein 31.000 ungefähr sie müssen 31.000 Teile aus unserer Sonne nehmen damit sie einmal einen Eisen Kern mit dabei haben im Mittel da sieht man schon mal wie es dazu geht im Detail diese Metallizität die ist sehr wichtig um das Alter eines Sterns einordnen zu können je mehr Metalle er enthält umso älter stuft man ihn ein weil er offensichtlich schon mehrere Prozesse er hat schon einiges auf dem Buckel sagen wir mal so er hat schon mehrere Prozesse hinter sich das Material zumindest in unserer Milchstraße ist die Metallizität so minus 5,6 bis plus 1 also wie kommen die Zahlen überhaupt zustande das ist normiert auf die Metallizität unserer Sonne wie wir ja so vieles normieren auf die Werte unserer Sonne man nimmt also das Verhältnis wie viel Teilchen im Mittel hast du Eisen im Verhältnis zu Protonen das Ganze logarithmiert man dann und zieht davon die Daten unserer Sonne ab also diese 31.000 von dem ich gerade gesprochen habe wiederum logarithmiert sodass sie dann wenn sie die Daten der Sonne einsetzen eben genau null raus kommt und bei irgendeinem anderen Objekt kriegen sie eine Relation aber Vorsicht durch diese logarithmische Einteilung ist das natürlich ein immenser Hebel also wenn sie jetzt nur minus vier nehmen dann heißt es in Wirklichkeit zehn hoch minus vier also da haben sie ein zehntausendstel davon also halten wir abschließend fest unsere Sonne hat ein bisschen ja ich würde schon sagen auffällig viel schwere Elemente im Vergleich zu ihrer Umgebung ist also schon so ein älterer Mittelklasse Wagen unter den Sternen aber all diese Werte das ist es nicht was die Sonne ausmacht diese Faszination unseres Sterns geht von dieser dieser Wärme und diesem Licht aus das er uns spendet das alles Leben auf diesem Planeten überhaupt erst denkbar macht stellen sie sich das ist die Hausaufgabe von dieser Folge heute ich bitte sie stellen sie sich mal in das Licht immer wieder wann immer sie Zeit dazu finden in das Licht unserer Sonne lassen sie dieses Gefühl ganz tief eindringen wenn diese warmen frischen Photonen auf ihrer Haut auftreffen wenn sie hinter den geschlossenen Augen immer noch dieses rötliche leuchten sehen dieses Sterns ich finde das unbeschreiblich wertvoll das ist ein so tolles Gefühl ein Genie unserer Spezies hat das viel besser ausdrücken können natürlich als ich dem wollen wir auch das Schlusswort geben der hat mal gesagt auch das ist Kunst ist Gottes Gabe sich an sonnenreichen Tagen so viel Licht ums Herz zu tragen dass wenn der Sommer längst verweht das Leuchten immer noch besteht und das ist ein das ist das das Untertitelung des ZDF, 2020